das war es okay jetzt sind die bereiche schon kleiner geworden wohin müssen ja ich sehe gar keine mehr alter ja doch wenn jetzt so wo wir jetzt sind diese richtung quasi hoch guckst aber das sind das sind gerade noch zwei quest zum annehmen mal gucken wir haben können wir hier auch weiter machen ja kriegen wir hin jeden fall das ist eine sehr gute idee sammeln nein danke erst einmal sein kisten ja es rappelt im karton tom 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 nehmt ihr da beide an also irgendwie nehme ich den selben schon dreimal an ich bin ja das abgeben muss muss das ja abgeben bei ihm deswegen kann sich nochmal ansprechen sagt er du hast ja gar nichts dabei ach so hat er ich bin echt zu blöd vielleicht bin ich schon zu lange wach so dann das auch oder gibt es neue neue rüstung eine neue hose alter endlich nicht mehr nackig umlatschen ja aber schlechter als die die ich schon habe also dem her kannst du behalten welche wache war es mit dem wolltest du das sammeln ja ich mache mal die beiden neuen mache ich mal wieder rein oder besser essen die hat noch irgendwas wo denn da die bitch dahinten rechts rum kaste ja na was hast der kaste na da guckst da kaste was hast der kaste kastanien will ich nicht ja ja du mich auch schon gut würde fotsägen genau wie würdest du da wie würdest du dich beschreiben kaste riesengroße kaste ne kasten oder kastanien so ein kasten alter oder broadcast so pecker weiß wohin nee guck mal was hier für ein blauer kreisel ist was ein blauer kreis naja ich habe hier ist die vier hier unten los ich habe irgendwie grad gar nichts muss ich denn das ist ein blauer kreis oder muss ich die jetzt ich muss die wieder rein machen hier automatisch um video holy crap ich wusste da kommt gegen ein wurm raus oder da kommt bestimmt irgendwie so ein wurm raus sind oder nahe hingehen keine ahnung ist sie nur fliegen ist ja widerlich ja da kommt ein wurm raus da sind aus keller außen rum da muss was kommen ja ist so seinem gemma gucken wenn ich ins loch gezogen werde rede ich kein wort mehr mit euch ja du musst zum kleinen loch oder da wo fliegen rauskommen das war im video zu sehen ist vielleicht eher das passiert nix ich kann ja guck mal schon fliegen außen rum da vorne das war es doch oder holi was war das ja jetzt hast du dich trotzdem erschrocken was greift jetzt schnauze ja immer her damit okay das war es irgendwie nicht oder bist du das nie hier ja ich irgendwie auch nicht aber toll dass ein video gekommen ist kommt aber auch nix raus holi holi dann gehen wir weiter da hinten ist viel blau da muss eine party sein das sind alle blau da hinten ist eine party ja und dass das festzelt sich auch schon aufgebaut siehst du das eine richtig geile bratwurst oh mein gott kann das sein dass du das gerade eingenommen haben weil ich glaube das war vorhin ein brot was das war vorhin ein brot nein die kamen mit einem boot ach so ich dachte war was tot nein nein die haben ein lot was für schrot jetzt geht es nur noch kot mehr weiß ich jetzt auch nicht mehr das hätte ich nicht mal mehr gewusst deswegen war ich gerade so leise du brauchst du wie ein schlot ja weil ich in bot ja genau ja ich bin halt die not ja so weitermachst du bald tot ja das hatten wir schon haha ich habe gewonnen da warte 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 der da der da der steinpilz steinpanzer steinpilz alter geh weg geh weg bling ach ich liebe jetzt der griff alter griff ja oh ah da ist der panzer jetzt pancia ich habe eigentlich von 10 pancia ich begrüße sie ok schildkröten kloppen ja schildkröten kloppen hier ich hier oh da ist wieder so ein dünenanschiff was für schildkröten 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 alter ist das auch eine schildkröte da da hinten ja da hinten ist eine klöte ach da ist eine klöte ich fahr lieber nach kloten als nach klöten oh pecker geh doch mal auf die seite ich kann auch nichts an wie sie hier weiter werden da liegt ja mein breiten kreuz jawoll du hast schon level 30 ja gerade eben ich bin anfang 29 ihr habt erst den ersten balken voll ich bin halb 29 ich hab erst den ersten balken voll zack jawoll du scheiß korpion und du bist schuld so warte warte den will ich killen der sieht nach was speziellem aus das ist so ein fetter also ein fetter von mir was das ist dein fetter moment mach mal pause ich komm gleich wieder der rennt von mir weg der penner das ist kein gültiges ziel war irgendwie nichts spezielles oder na pecker was geht bei dir so da kloppt sich grad mit so einer klöte kröte äh kröten mutter mit kind habe ich gerade fertig gemacht hier boah alter so unsozial boah und ich darf das kind looten boah lecker äh irgendwie gibt es keine klöten hier oder immer panzer mit schlürfeffekt ey guck mal meine flügel ja geil wer ist denn das gemacht das sind meine 30er flügel bekommt man die auch einfach so aus einem äh ja wenn der veteran bist ach so ach so wie wenn du veteran bist ich bin veteran darum habe ich die flügel wie kann ich veteran werden deswegen wohnt du auch ein veteran du kannst nicht veteran werden wieso nicht doch wenn du siebenund wenn du 75 mal kaufst das ist doch voll unnötig alter nur wegen flügel äh es geht weil ich auch ähm ach so da lebt noch ein baby bei den flügel habe ich 40 sekunden flugzeit mehr what darf ich die haben 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 was ist drin äh ja klar brauche ich eine kanone alter würfeln so nee nee pecker muss ich hab gepasst zeig mal 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 auf level 30 dann muss ich noch ein bisschen warten ja und ich warte freig mal zeig mal zeig mal zeig mal zeig mal ein ne Ja. Ich mach mal, ich guck mal kurz nach. Ja, wir haben noch eine halbe Stunde. Ja, schön. Schön, ne? Wie das läuft, wie das läuft. Das ist das falsche Ziel. Und wo war jetzt deine Kanone? Achso, nee, du kannst sie ja nicht benutzen. Ist das so ein normaler, so eine Pistole, oder was ist das? Eine Pistole, ja, ja, der Revolver. Ähm, was ist eigentlich mit dem Spähen des, äh, Demokritus? Demokritus? Da hab ich, äh, zwei aktiv, einen erledigt. Was, äh, was für eine Krankheit? Spähen für Demokritus. Spähen für aktiv, aktiv erledigt. Ja. Keine Ahnung, was ist das? Weiß ich ja nicht. Wo haben wir es erledigt? Spähen, ah, wir müssen einfach irgendwo ein bisschen rumlatschen und halt dann, äh, gucken. Genau, spürt Horst auf und das haben wir erledigt. Wir haben ihn gefunden oder so. Wie glauben wir denn von den Scheißdingern schon? Ich hab erst zwei Panzer. Ja, ich auch. Ich auch, zwei. Ich hör schon auf. Oh, jetzt kommt er, jetzt kommt er, Achtung! Bam! 1990. Was ist ein ungültiges Ziel? Das ist ein totes Ziel. Jawohl, drei von zehn. Ja, es gibt ja auch so scheiß viele von denen, oder? Ja, unglaublich, äh. Die ganze Folge wird jetzt davon, ähm... Panzer, ich begrüße sie, ne? Als Inspiration für den Folgentitel. Da hinten, Mutter mit Kind. Ja, mit Kind als Folgentitel. Ich... Packer nimmt das Kind, oder? Immer auf die Schwächeren hier. Nee, geht auf die Mutti. Auf die Mutti! Auf die Mutti, olle! Ihr macht immer ganz gut, hey, Mutti! Was ich... Was mir aufgefallen ist, ist immer der, der der letzte entscheidende Schlag macht, der kann das Tier looten. Nee, nee, es geht abwechslungsweise. Meinst du? Bei mir ist das oft so gewesen. Nee, nee, so ist es eingestellt. Darum hab ich jetzt auch das gelootet, was keinen Inhalt drin hatte. Damit ich jetzt wieder irgendjemand was killen kann, äh, was ein Loot gibt. Ach, heul doch. Packer, steht immer mit dem scheiß Kreuz dabei. Ich kann nicht... Drückt ab. Oh, hab ich auch wieder den letzten Schnitt gemacht. Kann looten. Hast du da den letzten gemacht und kannst looten. Guck. Irgendetwas hat das schon. Echt? Moment, Verteilungseinstellungen? Abwechslungsweise plündern. Äh, Tagre! Ich kann... Ich mach Gruppenleiter plündern, dann könnt ihr hinten anstehen. Ja, ja. Ich hab mich ja nicht beschwert, ich hab nur was gesagt. Aber das Fleisch brauchen wir auch irgendwie, ne? Äh, ja. Hab ich ja zum Glück jetzt auch schon eins von sieben. Drei? Ich find's... Drei? Ne, ein Panzer. Keine Ahnung. Ja, genau, greif mich an, du blöde Sau. Weißt du was? Da, den kannst du haben. Den kannst du haben. Und dann... Ja, ich hab schon wieder den letzten Schnitt gemacht. Zack. Hab da nicht mal angegriffen, du Nase. Ja, aber guck mal, da hat Pekka... Pekka hat da den gehauen. Ja, den hab ich niedergeschlagen. Ich hab den alleine hier fertig gemacht, der jetzt nicht mehr da ist. Ja, du bist der Gründeste, obwohl du der Kleinste bist. Nein, das war jetzt wegen dem Loot nicht für das Blöfnall da. Ja, darum hab ich ja gesagt, Pekka hat einen fertig gemacht, aber ich konnte looten. Looten! Pam, fertig gemacht und? Okay. Ja, jetzt müsst ihr eigentlich Pekka looten können, weil vorher hast du eins, dann hab ich Jans, jetzt müsste er eins. Der nächste gehört wieder dir, Simon. Muss gucken. Ach, Schwachsinn, Alter. Ach, Schwachsinn, Alter. Ich bin Simon, ich hab immer recht. Alter, da hier drüben ist einer. Ja, ist doch so! Erste Regelchef hat immer recht. Ja, eben. Warum sollen wir dann auf dich hören? Oh, Wuschi. Du bist ja nicht mal Chef. Und... Siehst du, du kannst... Die Munde ist dran. Na? Na? Überzeugt? Ja. Ja, überzeugt. Wir sind alle Chef. Wir sind ein Team, Alter. Da gibt's keinen Chef. Richtig. Einer für alle! Alle für einer! Genau, wir sind alle gleich. Wir sind ein Team. Alle haben das gleiche Recht, aber ich bin ein bisschen höher. Weißt du so? Ja, uns gehört alle Bounty. Ich hab's gegründet. Dasselbe. Nee, 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 nee. Du hast Blue Bounty gegründet. Ich hab den Kanal an sich gegründet. Ja. Ich hab ihn einfach umbenannt, als wir uns abgesprochen haben, dass wir ihn Bounty nennen. So rum. Genau. Und wiederum war der Name von mir. Alter, was ist das hier für eine Scheiße? Ach so, ist eigentlich nur Pega unser Angestellter. Nee. Stimmt. Pega hat nichts dazu beigetragen. Nein. Er war nur vor Ort. Das reicht nicht. Nein, er hat sich... Warum latschen wir nicht hier nach hinten? Müssen wir jetzt abgeben? Ich will da hoch. Ich will da hoch. Was ist denn das für ein Hesse? Das ist der Kuhn hoch. Carfarbeiter. Ja, mal gucken, was der macht da. Und? Äh, was ist, wenn wir hier... Moment. Easy peasy, ey. Ach komm. Wirst du wohl hinkriegen, Alter. Jetzt hat er so schwebende Schuhe, aber kommt nicht da hoch? Ja! Ich bin oben. Alter, ich... Komm, nicht den ersten... Ach, hier sind doch alle zu fett hier. Ja, das ist, weil du so krasse High Heels anhast wahrscheinlich. Du hast mit deinen Hacken da reingeklemmt. Oh... Oh... Von der Seite, Christian. Von der Seite? Ja, von der Seite. Genau, da hoch. Genau. Und da müssen du dreifend drauf tun. Bei mir geht das nicht. Sie dreht sich halt immer und dann rutscht sie wieder runter. Port mir mal hoch. Bling, bling, bling. Kannst du nicht die Fähigkeit kurz wegpacken? Ich probiere es hier mal. Ich bin runtergerutscht. Also wie gesagt, bei mir ging es von hier aus. Oh. Geht nicht. Natürlich doof. Was? Ja, genau, 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 genau. Jawoll. Ja, ja, frei. Ich guck mal, er ist schon abgekratzt in Halb. Ach, Sinn. Ja, spontan, Heal, Alter, von mir. Hättest deinen Trank sparen können. Ich bin der geilste. Ich bin der Heiler. Boah, langsam fängt es an zu stinken hier. Ein geiler Heiler. Ja, ein geiler Dealer bist du. Genau, ich bin der Heil-Long hier. Ich bin der Farmer. Bin geboren auf dem Land Meckelkühe. Also, die geht keine Frau. Ich bin dem Farmer. Bin geboren auf dem Wellen Meckelkühe. Äh, und nu? Wo sind wir denn jetzt? Ich fass aus drüber zu kommen. Er kommt nicht drüber. Schafft er nicht. Schafft er nicht. Schafft er nicht. Aber wir schaffen das. Ja, hätte klappen können. Warte. Auf jeden Fall nicht, Alter. Nein, nein. Ah! Gesundheit. Oh. Na ja, aber wir haben das. Lol. Viel Spaß daraus. So. Ihr habt eine Stunde gespielt. Hast du schon. Was? Abgerutscht. Du sucht drauf. Nein, wir sind erst 40 Minuten unterwegs. Abgerutscht? Oh, oh. Der abrutscht darf nochmal. Ja. Sag da auch auf dem Bett, ne? Ja, kurz bevor ich fertig bin, dann rutsche ich ab. Und dann, hey, nochmal. Von vorne, bitte. Von vorne. Nicht von hinten. Ja, wollte ich gerade fragen. Oh, da drüben, da drüben, da drüben. Oh, warte, ich gehe außen rum. Oh, oh, ich habe einen gepolt. Wäre vielleicht eine coole Idee gewesen. Oh, ich kann nicht looten. Aber ich kann bluten. Wo seid ihr eigentlich? Wundergerutscht. Ich habe versucht, gerade da hochzukommen. Ich habe einen Weg gefunden. Ich bin hinter dir. Hoffentlich. Nein. Geh doch hoch da. Geh doch hoch. Oh, oh, oh. Warte mal. Dieses Ziel könnt ihr jetzt nicht angreifen. Ach, ficken einfach nur. Scheiß auf das. Greif das Ding mal an. Guck mal. Das ist gerade da vorne. Ja. Ja, los, greif es an. Greif es an. Becker, hinter dir ist ein Viech. Oh, ich dachte. Oh, lass dich herlaufen. Ja, los. Ja! Woohoo!